Bad Harzburg Bad Harzburg ist eine renommierte Kurstadt am Nordrand des Harzes. Die Stadt bezeichnet sich als das Wellnesswanderland Deutschlands und bietet als Tor zum Nationalpark Harz alles, was sich ihre Kurgäste, Wanderfreunde und Radfahrer wünschen. Infolgedessen ist das Zentrum eine Fußgängerzone mit kleinen Geschäften und Fachwerkhäusern, die von weitläufigen Vororten umgeben sind, eine Mischung aus beeindruckenden Fachwerkhäusern und funktionalen modernen Gebäuden. Zur Geschichte Bad Harzburg ist nach einer ehemaligen kaiserlichen Burg benannt, die im 11. Jahrhundert auf den Höhen über der Stadt errichtet wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Burg mehrfach die Besitzer, schließlich wurde sie im Jahr 1650 geschleift. Heute ist sie nur noch eine Ruine mit nur wenigen Mauern. Oberhalb der Stadt führt eine 80 Jahre alte Seilbahn zu Harzburg. Oben angekommen, gibt es ein Netz von einfachen Wanderwegen und zahlreiche Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe. Bereits im Jahr 1569 wurde in Neustadt, wie der Ort damals noch genannt wurde, die Sohlequelle entdeckt, und nur wenige Jahre später wurde mit der Sohle Förderung zur Salzgewinnung begonnen. Um 1831 begann der Chor- und Badebetrieb. Ein Jahrzehnt später erfolgte der Anschluss an das Eisenbahnnetz. In der Folge wurde die Salzgewinnung zugunsten des Chorbetriebs eingestellt. 1894 erhielt der Ort die Stadtrechte, inzwischen jedoch unter dem Namen Harzburg. Ortsteile Die Stadt Bad Harzburg hat die Ortsteile Einwohnerzahlen, Stand 31. Dezember 2018 Quelle, Webseite Stadt Bad Harzburg Mit dem Bus verschiedene Busunternehmen fahren täglich von und nach Bad Harzburg. Der Bushalt befindet sich am Ende Herzog-Julius-Straße südlich des Bahnhofs. Mit dem Fahrrad der Harz-Rundweg führt durch Bad Harzburg. GPS-Trek und Streckenbeschreibung im Radreise-Wiki Zu Fuß der Europäische Fernwanderweg E11 verläuft durch Bad Harzburg. Sonstige Fußgängerzone Unter den großen Bäumen in der gemütlichen Fußgängerzone ist es auch an heißen Sommertagen angenehm kühl. Die Gastronomie lädt zur Einkehr ein. Aktivitäten Minipipe-Symbol Wanderweg zwischen Göttinger-Rode und Bad Harzburg Wintersport Bad Harzburg ist ein guter Ausgangspunkt für die zahlreichen Wintersport-Möglichkeiten im Harz. Im Ort selbst gibt es einige kleinere Wintersport-Angebote. Den jeweiligen Schneebericht findet man unter wintersport.harzinfo.de Skilanglauf Bei entsprechender Witterung wird eine Langlaufläupe auf der Galopp-Rennbahn gespurt. Rodelbahn in Naturrodelbahn 180 Meter Naturrodelbahn an der alten Molkenhaus-Chassee 1700 Meter Start an der Waldgaststätte Molkenhaus Kleiner 50 Meter langer Rodelhang für Kinder Praktische Hinweise Bad Harzburg erhebt für Personen über 18 Jahre einen Gästebeitrag in Höhe von 2,0 Euro Tag. Ausflüge Wanderung zum Ostlandkreuz Wanderung zur Rabenklippe Wanderungen um Bad Harzburg Hochharz mit Brocken minus wer gut zu Fuß ist, kann seine Brockenwanderung in Bad Harzburg starten. Über die Eckertalsperre zum Brocken sind es knapp 14,5 Kilometer. Einfacher ist es, mit dem Auto oder Bus bis nach Torfhaus auf 811 Meter Höhe zu fahren. Von hier startet die beliebte Wanderung über den Goetheweg zum Gipfel. Von Torfhaus sind auch zahlreiche kleinere Wanderungen möglich. Goslar, 12 Minuten mit der Bahn ohne Umsteigen. Wörnigerode, 49 Minuten mit dem Bus ohne Umsteigen. Fachwerk Altstadt, Schloss, Startpunkt für Bahnfahrten mit der Harzquer- bzw. Brockenbahn. Kloster Ilsenburg. Altenau, Kräuterpark, Kristallsaunathemme, Brauerei von 1617, Okertalsperre. Hier wird es, bei der Gewalt bei Schlosser- und Begriffe von 1517, Okertalsperre. Für die Gipfel- und Begriffe von 1515, Okertalsperre, Flasher- und Begriffe von 321, Okertalsperre.